Hallo Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Mal von Minecraft Fix. So. So. Ähm. Jo. Schlafen. Nacht. Welche klaffen lassen, Ingmar? Ja. Sie wollen so gemeint. Gen. Ist das nicht wunderbar. Ähm. Die Klinzer und sollten nicht ganz sein. Oh, ich hoffe es reicht. Ich glaube nicht. Zwei Spiel. Niemals. Hyper-Stack? Nee. Never. Niemals reichen Hyper-Stack. Boah, sind die die teuer, ey. Nur noch. Sieben Stück. Boah, ich war wohl mindestens noch ein Stack. Hohoho. Muss das denn bitte so teuer sein? Hilfe. Heftig, ey. Kann doch nicht sein, ey. Kann doch nicht sein, ey. Uff. Dann nochmal ein... Nicht zu nach. Und nochmal so einer hier. Mal so. So. Es ist sehr teuer. Oh, dass ich diese Fahrt fertig bekommen, ey. Ich halte mich viel zu lange als den Boden jetzt auf, ne. Das ist krass. Das wollte ich eigentlich nicht so. Hat nicht so lange gedauert, ne. Ich hab schon drunter gemacht, glaub schon. Ja. Stimmt. Den näher ich dann eigentlich nicht. Ich hab schon mal angefangen, einen Trepp zu bauen, oder? Ja. Why not? Muss sein. Es ist noch aus Holz. Wahnsinn. Ja. So. Und so. Zwei. Drei. Sechs. Sieben. Acht. Schnell. Ja. Ich schnuck. Die Treppe kriegt locker hin. So. Guck weg. Viel viel Arbeit, Freunde. Viel. Aber gut Muss er sein, ne? Ich hab's gewusst eh, dass wir nicht hoch können Ich muss jetzt nicht mehr an ihm machen Ich muss sagen Ein komischer Kabel 11 11 11 Oh, 34 Spieltage Ähm Wie noch nicht wüxt natürlich, ne? Die hat sich nicht reichen mehr ab, Freunde Wollen sie mal nur bei 19, ne? Aber ich mein, wir brauchen nicht mehr so viele jetzt Was? Hat halt Külerei, ey Schon durchgebrochen? Unglaublich So, ich will noch viel mehr, ey Scheiße, ey So teuer, diese Stormalds, ne? Boah Boah 4 8 12 16 10 20 24 25 25 26 27 28 28 30 30 22 20 25 31 31 I'm in Duell Autsch It's a stone bridge Es ist einfach nur teuer Skulldorn nachlegen 2 Wins Crashed in 12 Stücke vad Tam Skulldorn 4 und 9 schon, okay. Auf jeden Fall müsste er das noch irgendwie so in, äh, in einem Ofen laufen lassen. Ey, das wäre Hölle. Das wäre eine Katastrophe, wäre das hier. Ich kann mich auch nochmal entfernen, das hier ist total falsch. Noch mal hoch, ja. Noch sehr viel da. Gleich damit. Diese Berries hier. Was? Wo ist ja die dritte, hab ich schon auf dem ersten Geranner. Ja, ich denke schon. Diese Erd-Sharz, die können auch nicht weg. Das hat in der Enteignung schon gehabt. Das Don't lose. Sieben, oder was? Oh, nachher. Das ist ja ungefähr. Ich nehme dich durch. Und zwölf. Ich komme immer hier zum Ende, ey. Das ist krass. Das war leider wieder Gebrauchschwein, da, ne? Ähm. So. Und jo, das ist was. Ne? Nicht gut. Ausläuft noch. Tja, okay, das sieht natürlich nicht so gut aus, aber naja. Mir hat noch Wund gemacht. Richtig euch. So. Ich würde sagen, es ist eigentlich schon gewesen von dieser Folge hexet. Es tut mir leid. Aber es ist gerade sehr stressig bei mir. Ich sehe hier am Donnerstag gerade auch. Und äh, ja, das ist sehr stressig gerade. Das ist gerade aber mal 17 Uhr 48. Und ich muss noch was für meinen Gaming-Kanal aufmachen. Oh, yes. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt Schluss. Ähm, nächste Folge geht dann ab, ähm. Mit, ähm. Also da fahre ich halt einfach mal an, hier was zu machen, ne? Hier. Und dann können wir langsam loslegen mit Bibliocraft, ne? Oh, ich brauche noch ein Subnail. Ich weiß nicht, ob ich so die Treppe sieht. Ich brauche mich ganz einfach nicht zu. Also ich habe eins. Naja, das ist wie ich würde sagen, der festgeschwungen gewesen von dieser Folge hexet. Auch ohne Intro jetzt auch. Aber wie gesagt, zeitlich. Schauen wir jetzt nicht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ist eine positive Bewertung da. Habt ihr nicht vergessen. Und tschüss.